Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 08.02.2023 und unser Schisser hat sich nicht die Rutsche runtergetraut, wieder den Popser hochgezogen und auch die Vorderpfoten zurück. Steht nun hier wieder da und da muss man schon sagen, da ist ein ordentlicher Ständer hier drin. Das sieht fast so aus wie Attacke auf Gap Plus von Donnerstag. Muss man schon sagen, also wir haben ja gestern gesagt, er muss an einem neuen Tief auch wirklich zeigen, dass er verkaufen kann, dass er weiter runterkommt, dass er hier in die 1.50 und so, und selbst dort hätte er ja noch mal eine Chance gehabt, nach oben zu ziehen, auch 200, 220. Wir haben das so gesagt, wenn er das Tief einfach nur hier knapp drunter setzt und er zieht das direkt wieder hoch, würde wohl eher vorlaufen, dann einfach wieder nach oben gezogen zu werden, auch in die 4.20 hier rein, 4.10. Das haben wir jetzt erstmal schon erreicht und er hat halt einfach nicht geliefert unten. Das ist halt einfach Tatsache. Er hat zwar sogar zum Nachmittag nochmal probiert, ein neues Tief nachzusetzen, also er hat schon gewusst, was er machen muss, aber er hat es nicht geschafft. Es war nicht genug Verkaufskraft da einfach. Und deswegen sollte man jetzt vorsichtig sein zum Mittwoch, sich jetzt dagegen zu stellen, wenn er jetzt Stärke zeigt. Denn er hat Schwäche verweigert und die Konsequenz wäre jetzt, wenn die Käufer kommen und die kaufen hier rein, dass der dann steigt. Das heißt, es ist jetzt keine gute Grundlage, um Short zu suchen in den Anstieg rein. Heißt natürlich nicht, dass das nicht trotzdem klappen kann. Ja, aber die freien von der Wahrscheinlichkeit, und das ist es ja, was man mit der Chartanalyse macht, sollte man hier jetzt aufpassen, dass man Stärke nicht verkauft. Denn rein aus einer Trendperspektive haben wir hier eine Aufwärtsbewegung, eine Korrekturbewegung zur Seite. Wir haben hier eine Aufwärtsbewegung, hier wieder eine Korrektur zur Seite. Und jetzt fängt er wieder an zu stoßen. Und im Sinne des Trendes würde das jetzt eben dann auch eine neue Trendabschnittsstrecke freilegen können, nach einer solchen Korrektur. Kann immer anders kommen, ja. Niemand weiß, was morgen passiert. Aber rein von der Wahrscheinlichkeit her, macht er sich einfach mit diesem Tagesschluss hier jetzt den Pott nach oben auf. Macht er das und läuft hoch, würde ich mich persönlich halt einfach nicht dagegenstellen. Macht er das aber gar nicht. Und er verweigert hier direkt. Und man sieht, da ist gar keine Stärke da. Und er fällt vielleicht einfach zurück und steht schon relativ früh, 10 Uhr, 11 Uhr hier wieder unter 15.300. Dann ist das eine komplett andere Situation, weil dann verweigert er ja diesen Konter. Dann verweigert er die bulligste Vorlage, die er überhaupt hier in dem Moment stellen kann. Und das gibt ihm nach unten dann vollkommen Freiraum bis 15.150, ob er knadenlos durchzuziehen bis in den Donnerstag rein. Aber das müsste dann eben auch wirklich eintreffen. Und solange wir keine eklatante Schwäche sehen am Mittwoch, und damit meine ich wirklich Schwäche, also da würde ich schon wieder anderen 300 Minimum sehen, ja. Und das auch relativ früh. Oder ein schönes Verweigern hier oben, ne. Dass man hier irgendwie ein paar Doji-Stundenkerzen hinstellt und dann fängt er richtig an, nach unten zu schrubben. So was würde ich, dann würde ich sagen, okay, dann kann man einen Shot probieren. Aber jetzt einfach so zu sagen, okay, 22 Uhr, Short rein, Stop Loss, keine Ahnung, 50 Punkte höher, wäre einfach entgegen der Wahrscheinlichkeit und entgegen der übergeordneten Trendsituation noch, ne. Das sollte einem klar sein. Und mehr kann ich hierzu eigentlich gar nicht sagen, ja. Also, wenn er Stärke zeigt, lass ihn steigen, lass ihn steigen. Die erste Station wird die 4,90, die zweite wird hier 5,30 bis 5,50, der Gap Klos. Und wenn er da rüber geht, dann ist 6,30 die nächste Station. Und wenn er da rüber geht, 7,50. Ja, und dann lass ihn das machen. Dann lass ihn auch meinetwegen bis in den Donnerstag reinsteigen, soll er das tun. Muss man sich ja dann nicht dran verkämpfen und sagen, oh, ne, der muss jetzt aber runter. Ne, das muss er dann eben nicht. Ballert er sich hier komplett schwach zusammen am Mittwoch und stürzt sich hier auf einer 300 zurück. Kann man sich das mal ein bisschen angucken. Und dann vielleicht in einem Rücklauf, in der flach genug ist und er dreht dann in so einer 365 wieder nach unten weg. Dann kann man schon probieren, Short reinstehen. Aber ich will ihn erst an einer 300 sehen. Vorher würde ich da nicht probieren wollen. Ja. Ja, ähm, der hatte die Chance, zwei, einmal, zweimal, dreimal glaube ich sogar jetzt im Tagesverlauf, und er hat es nicht ausgespielt bekommen. Ja, also, von daher, Vorteil ist eher auf der Oma Seite. Ähm, rund dazu würde ich ihn nur begleiten, wenn man wirklich sieht, er will es nicht. Er will einfach nicht steigen zum Montag. Er erkennt das auch. Ne, wenn man seine eigene Meinung manchmal zurückstellt und eben nicht danach geht, dass der Dax steigen muss, weil man ja irgendwo einen Long drin hat, der vielleicht sogar noch im Minus liegt oder wie auch immer. Oder man will, dass der Dax fällt, weil man einen Short drin hat, der im Minus liegt. Dann ist man immer sehr voreingenommen. Dann sieht man sowas schlecht, ja. Dann sieht man in jeder roten Katze plötzlich den Weltuntergang und denkt, oh, mein Short kommt wieder in den Gewinn. Aber wenn man neutral versucht, den Markt zu beobachten und neutral sich einfach auf das einlässt, was der Markt macht, dann erkennt man das, ob der steigen will oder nicht halt. Also, da muss man einfach ehrlich zu sich selber sein und vielleicht auch die eigenen Interessen und die eigene Position zurückstellen. Und schwuppdiwupp kann man das auch dann profitabel für sich einfach dann auch nutzen, was man sieht, ja. Denn das heißt nicht umsonst, handle, was du siehst an der Börse. Das kommt nicht von Nogget woher oder von irgendwoher. Ja, also von daher, die Marken oben sind klar, unten ist, denke ich, auch klar. Ja, also 300 ist wichtiger Meilenschritt. Dann müsst ihr unter die 270 und könnt ihr sich direkt bis Donnerstag dann in die 1,50 erstmal runtergraben. Das wäre natürlich dann nochmal eine Chance nach oben. Aber so, auch wenn wir uns zurückerinnern, hier hat man auch so gesagt, 270, so 200, 220, das sind alles Stationen, von denen er sich hochdrehen kann. Ja, und das hat er jetzt getan. Er steht jetzt hier auf der 270 und drückt sich hier nach oben. Von daher steht einer Trendfortsetzung so gesehen eigentlich nicht zum Weg. Ja, also der Pfeil hier wäre letztendlich definitiv noch eine Option. Ja. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal den Cut. Mehr brauche ich nicht erzählen, Tageskerze können wir noch kurz drauf gucken, aber wird jetzt auch nicht so viel anders aussehen. Steht quasi noch auf dem Long Trigger, hält den Long Trigger. Der zeigt hier Richtung Allzeit hoch. Na, by the way. Und von daher, solange da nichts passiert, in der hier nicht mal ein tieferes Tief ausbildet, dafür müsst ihr ja sogar unter die 15.000 wieder drunter. Ist auch auf der Seite hier erstmal nichts zu ergänzen. Jo. Von daher, ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.